Jetzt nicht nur meiner Ansicht nach, weil Angela Merkels Handy abgehört wurde, da möchte ich auch noch kurz was zu dir sagen. Du hast gesagt, andere Bürger sind da auch wichtig. Es ist nochmal ein Unterschied meiner Ansicht nach, ob ihr Diensthandy als CDU-Vorsitzende abgehört wird oder ob ein privates Handy eines Bürgers abgehört wird. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist ja ihr Diensthandy gewesen, soweit ich weiß, das abgehört wurde. Und das betrifft noch nicht mal direkt ihre Rechte als Bürgerin, sondern als CDU-Chefin. Und wenn von uns private Handys abgehört werden, dann sind es unsere Bürgerrechte, die da betroffen sind. Ich denke, man muss einfach, klar, es geht auch nicht, dass ihr Handy abgehört wird als CDU-Chefin, aber man muss, denke ich, die Dimension sehen, was schlimmer ist. Und für mich ist es schlimmer, wenn die Handys, die Privathandys von 80 Millionen Bürgern abgehört werden, als wenn das Diensthandy oder das berufliche Handy der CDU-Chefin abgehört wird. Und im Moment wird es in der Presse so dargestellt, als ob das schlimmer wäre, also das Diensthandy der CDU-Chefin abzuhören. Und ich finde, da liegt auch ein Missverhältnis, auf das wir hinweisen müssen. Und noch ein Wort zur SPD. Es ist gut, dass die SPD das Thema jetzt in die Koalitionsverhandlungen mit reingebracht hat. Man muss aber auch dazu sagen, vorher, bevor das mit Merkels Handy rauskam, waren in den zehn Punkten kein einziger bürgerrechtlicher Punkt mit drin. Und dieses Thema erst recht nicht. Also das hat schon, hat mich sehr enttäuscht. Und was ich mir von der SPD auch wünschen würde, ich weiß, dass es in der SPD da durchaus Leute gibt, die dafür sind. Aber was ich mir von der SPD auch in der Konsequenz wünschen würde, ist, dass das Ganze weitergeht. Und dass die SPD in den Koalitionsverhandlungen auch die Vorratsdatenspeicherung ablehnt. Das ist ganz klar, dass das angesichts dessen, wo wir jetzt stehen, mit der NSA-Affäre auch nicht geht. Weil im Prinzip die Vorratsdatenspeicherung nichts anderes ist, als eine legitimierte Abhöraktion, wie wir sie jetzt erleben. Da wird auch eine Vollerhebung von Metadaten gemacht, aller Bürger in der EU. Und das ist im Prinzip nichts anderes, nur dass man davon weiß. Und das, denke ich, sollte die SPD auch mit reinbringen. Davon habe ich jetzt bisher noch nichts gehört. Jetzt möchte ich ganz grundsätzlich noch einige Worte sagen zur Entwicklung der Bewegung, wie sie sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat, der Stop-Watching-East-Bewegung. Wie wir hier sehen, wir sind deutlich weniger geworden. Wir waren bei den ersten beiden Malen um die 200 Leute. Da sind jetzt deutlich weniger. Es ist auch bundesweit deutlich weniger geworden. Ich gehe mal ein bisschen von dem Ding hier weg, weil ich glaube, es piepst. Es ist auch bundesweit deutlich weniger geworden. Wir hatten am Anfang über 30 Städte, die sich daran beteiligt haben. Mittlerweile sind es, also heute sind es nur noch acht. Davon ein Ort wie Michelbach im Odenwald. Oder Michelstadt, ja, Entschuldigung. Städte wie Berlin, Hamburg sind schon nicht mehr dabei. Also Großstädte. Und das ist eine meiner Ansicht nach bedenkliche Entwicklung, die auch ihre Gründe hat. Ich habe mich nämlich auch gefragt, was haben wir eigentlich erreicht mit der Bewegung? Und ich muss sagen, sehr, sehr wenig. Wir haben die Leute nicht erreicht bisher. Wir haben die erreicht, die im Prinzip hier sind, ihr, die ihr selbst schon sensibilisiert seid für das Thema. Aber uns ist es nicht gelungen bisher, die Leute auf der Straße anzusprechen und sie für das Thema zu sensibilisieren und zu sagen, da gibt es ein Problem, das euch ganz direkt betrifft. Es tut nicht weh. Es tut nicht weh richtig, man spürt es nicht. Und ich denke, wir brauchen Aktionen, die den Leuten deutlich machen, da besteht ein Problem. Und da gab es früher, als ich noch bei den Grünen war, eine schöne Aktion, die wir auch einmal in Heidelberg gemacht haben. Das sind die sogenannten überwachten Spaziergänge. Das würde ich gerne wieder machen. Und zwar läuft man da einfach durch die Stadt und schaut sich an, wo hängen auch von privaten Geschäften, aber auch von der Stadt selbst, wo hängen Kameras, wo gibt es Überwachungstechnologie in der Stadt. Und so eine Aktion würde ich gerne wieder in Heidelberg machen für Stopwatching Us. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass diese Demos hier bei uns auch wieder größer werden. Ich denke, es wird in Heidelberg nicht die letzte Demo gewesen sein. Wir gehören nicht zu den 22 Städten, die aufgegeben haben. Wir machen weiter. Aber, jetzt kommt das große Aber. Stopwatching Us Heidelberg ist im Prinzip eine One-Man-Show. Das bin ich. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber so ist es. Ich werde punktuell von einigen wenigen Leuten unterstützt, denen ich sehr dankbar bin dafür, die für Logistik sorgen, die Sachen herschaffen, die Sachen wieder zurückbringen, die Flyer drucken, Flyer verteilen und so weiter. Aber das reicht nicht. Wir brauchen, wenn das hier weitergehen soll und wenn das größer werden soll, brauchen wir meiner Ansicht nach 10 bis 15 Leute, die konstant an dem Thema arbeiten. Ich kümmere mich gern weiter auch um die formalen Dinge, also sprich Anmeldung beim Ordnungsamt und so. Das ist gar kein Problem. Das ist wirklich das geringste Problem an der Sache. Aber was wir brauchen, sind auch Leute, die Ideen haben für andere Aktionen, weil ich glaube, alle ein bis zwei Monate eine Demo reicht nicht. Wir müssen mehr tun, wir müssen auch andere Aktionsformen finden und da brauchen wir auch einfach Ideen. Aber einer allein kann eben nicht mehr tun. Ich bin im Prinzip schon an der Belastungsgrenze mit dem Ganzen. Ich habe mir dieses Mal sogar überlegt, sage ich ab, weil es einfach nicht mehr ging. Aber da so viele Städte schon weggefallen ist, wollte ich das hier einfach durchziehen. Aber für das nächste Mal müssen wir uns wirklich was anderes überlegen, müssen mehr Leute mitmachen, damit es wieder mehr wird. Wir brauchen auch Leute, die Plakate entwerfen können, die Flyer entwerfen können, die Flyer verteilen können. Wir brauchen Leute, die dann für solche Sachen, Plakate zu drucken, kostet viel Geld teilweise, die dann auch spenden oder Unterstützung einfahren. Also für all das braucht es Leute, die da mitmachen. Da würde ich euch einfach bitten, meldet euch bei mir. Gerne jetzt hinterher oder über die Facebook-Seite oder über das Blog www.stopwatchingus-heidelberg.de Da steht meine Mailadresse drin. Da könnt ihr euch gern bei mir melden. Wir brauchen einfach ein Team, das sich auch regelmäßig trifft. Sonst wird das hier immer so klein bleiben. Und ich allein schaffe es einfach nicht, hier mehr auf die Beine zu stellen. Ich gebe mein Bestes. Aber wenn ihr wollt, dass es mehr wird, wenn das das bleibt, dann brauchen wir mehr Leute. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.